Ein Ereignis bekannt unter dem Namen Angriff der Toten, ereignete sich im Ersten Weltkrieg. Ein Wagnis, was in der Geschichte Spuren hinterlassen hat. Die Geschichte, die an der Ostfront passiert ist, lässt die Seele noch immer erschaudern und verursacht Gänsehaut am ganzen Körper. Doch lasst uns von vorne beginnen. Die Festung Osowiec lag im Nordosten des heutigen Polen, damals war sie das Territorium des Russischen Reiches und spielte eine strategische Rolle an der Ostfront. Die Festungen Osowes und Nowogeorgiewsk waren wichtige Verteidigungszentren sogenannten polnischen Sachs, wie im damaligen Militärjargon das tief nach Westen ragende und an der Nord- und Südflanke verwundbare Territorium des polnischen Königreichs genannt wurde. Im Februar 1915 starteten deutsche Truppen einen massiven Angriff auf die Festung. Zum Einsatz kommen Artillerie, Mörsern und Flammenwerfern. Versuche, die Festung im Sturm zu erobern, blieben jedoch erfolglos. Beide Seiten erlitten Verluste, was sie gleichermaßen schwächte. Die PAD-Situation war inakzeptabel. Es müsste was passieren, um die Situation zu verändern. Um den Widerstand der Festungsverteidiger zu brechen, wurde im August desselben Jahres beschlossen, chemische Waffen einzusetzen. Eine neue Waffe, was in ihrer Wirkung und Ausmaß noch unbekannt war. Die deutschen Chemiekonzerne BASF, Höchst und Bayer, die später den Konzern IG Farben gründeten, produzierten Chlor als Nebenprodukt bei der Farbstoffproduktion. Im Gegensatz zu Tränengas, das zuvor eingesetzt wurde, verursachte Chlor bei Soldaten, die es einatmeten, das Gefühl. Zitat, als stünden ihre Köpfe in Flammen. Die Lungen werden mit glühenden Nadeln durchbohrt und die Kehle wird von einem unbekannten Riesen mit aller Kraft gequetscht. Am 22. April um 17 Uhr setzte die deutsche Seite Chlor aus mehr als 5000 Flaschen frei. Und in diesem Moment brach die unkontrollierbare Hölle los. Gleichzeitig feuerte die deutsche Artillerie auf die Festung. Ein Tandem der Waffensysteme verstümmelte und tötete zusammen mit der schweren Waffe fast jeden, der die Festung verteidigte. Diejenigen, die nicht sofort starben, litten unter Krämpfen und Agonie. Dies war einer der ersten Einsätze chemischer Waffen in der Militärgeschichte. Das Gas war so dicht, dass es eine sichtbare grüne Wolke bildete. Da viele russische Soldaten keinen Schutz vor dem Gas hatten, wurden sie vergiftet. Doch nicht alle wurden von dem sofortigen Tod heimgesucht. Trotz der schwierigen Bedingungen gelang es den überlebenden Verteidigern der Festung jedoch, einen Gegenangriff zu organisieren. Diejenigen, die noch kämpfen konnten und ihr Leben für einen höheren Preis verkaufen wollten, waren etwa 100 an der Zahl. Viele von ihnen wurden durch die Einwirkung von Gas und Artillerie schwer verwundet und entstellt. Nichtsdestotrotz starteten sie den Gegenangriff. Der Heldenmut der Verteidiger der Osovets-Festung übertraf alle Erwartungen. Nach dem Chemieangriff verließen Soldaten die Festung und stürzten sich in den Angriff. Es blieb ihnen nicht viel Zeit zum Leben. Also hatten sie auch nichts zum Verlieren. Tatsache ist, dass die deutsche Seite nicht mit einem solchen Effekt gerechnet hat. Chlorgas selbst galt noch als experimentell. Die Deutschen waren zuversichtlich, dass allein die Tatsache eines Doppelangriffs mit Gas und Artillerie niemanden am Leben lassen würde. Doch vor ihnen standen die Verteidiger der Festung. Die durch das Giftgas verzerrten Gesichter der Kämpfer waren leer. Aber ihr Geist war nicht gebrochen. Dieser mutige Akt ging als »Angriff der Toten« in die Geschichte ein. Die verzweifelte Gruppe, die aufgrund der Wirkung des Gases und der Wunden wie »lebende Tote« aussahen, löste bei den deutschen Soldaten Angst und Schrecken aus. Da sie keinen Angriff erwarteten, wurden sie über die Zahl und den Zustand der russischen Truppen getäuscht und zogen sich schließlich zurück. Der sogenannte »Angriff der Toten« führte letztlich nicht zu strategischen Veränderungen an der Ostfront, aber hob die Moral der anderen Truppen. Der letzte verzweifelte Akt wurde zum Symbol des unbeugsamen Willens und Heldentums der russischen Soldaten. Diese Episode bleibt eine der heroischsten Seiten in der Geschichte des Ersten Weltkriegs und gilt immer noch als Beispiel für außergewöhnlichen Mut und Opferbereitschaft unter Bedingungen extremer Gefahr. Der Vergleich von »Angriff der Toten« mit anderen Schlachten des Ersten Weltkriegs unterstreicht seine Einzigartigkeit. Obwohl in anderen Schlachten chemische Waffen eingesetzt wurden, hinterließ keine einzige Schlacht so lebendige Spuren im Gedächtnis der Nachkommen wie die verzweifelte Verteidigung der Osowets-Festung. Bei der Verteidigung der Osowets-Festung kamen einzigartige taktische Lösungen zum Einsatz. Die Verteidiger nutzten effektiv Minenfelder und Hindernisse, was den Vormarsch des Feindes deutlich verlangsamte und die Chancen auf eine erfolgreiche Verteidigung erhöhte. Der Angriff der Toten hatte zwar keinen Einfluss auf den Verlauf des Ersten Weltkriegs, doch dieses Ereignis zeigte die Möglichkeit einer wirksamen Verteidigung, auch angesichts des Einsatzes chemischer Waffen durch den Feind, und steigerte die Moral der Soldaten in anderen Frontabschnitten. Nach der Schlacht verbesserte sich die Moral der russischen Armee deutlich. Der Heldenmut der Verteidiger der Osowets-Festung wurde zu einem Beispiel für Ausdauer und Mut und inspirierte andere Soldaten, den Kampf auch unter schwierigsten Bedingungen fortzusetzen. Die Episode »Angriffe der Toten« fand auch ihren Niederschlag in Kunst und Literatur und wurde zum Symbol der Unzerstörbarkeit des Geistes und des Heldentums. Verschiedene Werke, von der Poesie bis zum Kino, schildern den Mut der Verteidiger der Festung und unterstreichen ihre Bedeutung. Eine moderne Untersuchung von »Angriff der Toten« enthüllt neue Details über das Ereignis und zeigt die Tiefe seines Einflusses auf die Geschichte. Forscher analysieren sowohl die taktischen Aspekte der Verteidigung als auch die psychologischen Auswirkungen auf die Kampfteilnehmer und die Gesellschaft als Ganzes. Es wurde zu einem Mix aus zahlreicher Mythen und realer Fakten, was es manchmal schwierig macht, historische Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden. Es ist bekannt, dass der Mut der Verteidiger der Osowets-Festung inspirierend war, aber die Details ihrer Leistung wurden oft übertrieben. Die Legende vom »Angriff der Toten« hat unauslöschliche Spuren im kulturellen Gedächtnis des Ersten Weltkriegs hinterlassen. Diese Episode wurde zum Symbol unerschütterlicher Beharrlichkeit, selbst angesichts der offensichtlichen Überlegenheit des Feindes und unglaublicher Chancen. Die damalige Propaganda spielte eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Bildes der Schlacht als einer wundersamen Zurschaustellung von Heldentum. Dies trug dazu bei, die Moral von Soldaten und Zivilisten zu stärken und die Verteidiger der Festung als Helden darzustellen, die buchstäblich von den Toten auferstanden waren. Das Ereignis hatte erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung militärischer Taktiken und Strategien, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz chemischer Waffen. »Attack of the Dead« zeigte die Gefahren solcher Waffen und die Notwendigkeit, Verteidigungs- und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Der Einsatz chemischer Waffen und der heldenhafte Widerstand der Verteidiger zeigten die Notwendigkeit neuer Verteidigungs- und Angriffsansätze sowie verstärkter Maßnahmen zum Schutz der Soldaten. Dieses Video beschrieb die Leistung der Soldaten des Zemljanski-Regiments. Gleichzeitig wurde teilweise KI zur Visualisierung von Inhalten eingesetzt. Abweichungen von der damaligen Uniform, Lebensform oder Lebensweise wurden bewusst zugelassen, um dem Urheberrecht nicht zu verletzen. Ich habe bewusst die gesamte Situation an der Front nicht beschrieben und den strategischen Teil der Schlacht ausgelassen. Außerdem habe ich die Namen der Kommandeure beider Seiten nicht erwähnt, weil ich die Leistung der Soldaten hervorheben wollte, die an der Gegenoffensive teilgenommen haben. Abschließend möchte ich noch allen Menschen in der Welt Frieden und Glückseligkeit wünschen. Gebt die Hoffnung auf das Gute nicht auf. Hinterlasst ein Like und Abo unter dem Video. Kleine Geste für dich, doch mir bedeutet es sehr viel. Hinterlasst eure Gedanken in Form der Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017